Schönen guten Tag. Ich würde gerne heute über den Einfluss des Bindungsverhaltens auf unsere Partnerwahl und unsere Beziehungen sprechen. Wenn Sie bereits Videos oder Texte von mir gesehen oder gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich dem Bindungsverhalten einen enormen Anteil an unserer Partnersuche, an der Partnerwahl und überhaupt der Beziehungskompetenz zuschreibe. Auch in meinen zahlreichen Online-Kursen ist deshalb die Bindungstheorie immer wieder ein zentrales Thema. Was ist die Bindungstheorie? Die Bindungstheorie besagt, dass wir als Babys als erstes mitbekommen, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind und dass wir uns deshalb entsprechend verhalten, um etwas zu erhalten, was wir brauchen. Also vom Essen bis zur Zuneigung. Alle Eltern wissen, wie einfallsreich und charmant, aber auch wie nachdrücklich bereits Babys werden, wenn sie etwas von ihrer Bezugsperson wollen oder sie etwas vermissen, weil sie beispielsweise den Raum verlässt. Diese Verhaltensweisen, die können von zornig bis zu mitleiderregend reichen. Sie können auch verzweifelt oder sie können auch selbstbewusst sein. Und diese unterschiedlichen Verhaltensweisen, die werden eben sehr früh geprägt und sie sind die Blaupausen für die Verhaltensweisen später, die wir im Umgang mit anderen Menschen pflegen. Also mit denen, mit denen wir uns dann eine Bindung wünschen. Oder vielleicht auch mit denen wir uns keine Bindung wünschen. Nach dem Erfinder der Bindungstheorie John Bowlby prägt also die Art, wie wir Zuwendung in den ersten Lebensjahren erfahren, unser späteres Bedürfnis nach Nähe und Distanz in all unseren Beziehungen, in den freundschaftlichen Wiener Liebesbeziehungen. In den Jahren darauf wurde seine Theorie erweitert und neue Erkenntnisse ergeben, dass darüber hinaus die eigene Beziehungshistorie und auch der jeweilige Beziehungspartner und dann auch wiederum dessen Bindungsverhalten eine Rolle für das eigene Bindungsverhalten spielen. Für meine Arbeit mit Singles verwende ich zur Veranschaulichung ein vereinfachtes Modell dieser Theorie, wie es beispielsweise von Emilia Levine und Rachel Henner in der Therapie genutzt wird. Und zwar basierend auf den Forschungen von Brennan, von Clark und von Shaver. Danach lässt sich fast jeder Mensch zu einem dieser drei folgenden Bindungstypen zuordnen. Der sichere Bindungstyp, der fühlt sich mit Nähe wohl. Er kann auch Distanz gut ertragen und ist in der Lage, stabile Partnerschaften zu führen. Sein besonderes Merkmal ist, er ist fast immer in Beziehungen und selten Single. Das trifft etwa auf 50 Prozent der Bevölkerung zu. Der ängstliche Beziehungstyp, der braucht ganz viel Nähe und er sorgt sich, ob sein Partner ihn auch wirklich genug liebt. Wenn er sich zurückgewiesen fühlt, dann verstärkt er seine Bemühungen, denn er glaubt, Liebe müsse man sich verdienen. Allerdings neigt er auch zu Protestverhalten, wenn er den Eindruck gewinnt, gekränkt zu werden. Und das trifft so ungefähr auf 20 Prozent der Bevölkerung zu. Der vermeidende Beziehungstyp, der setzt Intimität und Nähe häufig mit dem Verlust von Unabhängigkeit gleich und er sucht deshalb Distanz. Also er sehnt sich schon auch nach Nähe, ganz klar, aber gleichzeitig benötigt er Abstand, um nicht in einer Beziehung aufzugehen. Sehr charakteristisch ist dabei, dass er dadurch zweideutige Signale sendet. Und das sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Es gibt darüber hinaus noch Mischformen und besonders extreme Ausprägungen, die aber dann fast schon in den Bereich der Persönlichkeitsstörungen reichen, so wie beispielsweise Narzissmus oder Borderline. Um zu verstehen, wie weitreichend diese Verhaltensweisen sind, muss man sich ansehen, worum es uns bei diesen Verhaltensweisen eigentlich geht. Nämlich darum, erlebte und erneut befürchtete Verletzungen zu vermeiden. Das heißt, all diese Verhaltensweisen sind Schutzstrategien. Ein Beispiel hierfür. Wer in seiner Prägung erlebt hat, dass er sich Liebe verdienen muss, der entwickelt die Überzeugung, ich muss mir Mühe geben für Bindung. Ich muss beweisen, wie liebenswürdig ich bin. Mit seinen Verhaltensweisen versucht nun diese Person zu vermeiden, mit dem schmerzhaften Gedanken, ich bin nicht okay, überhaupt konfrontiert zu werden. Eine Reaktion könnte jetzt nun sein, sich bei der Partnersuche beispielsweise ganz richtig viel Mühe zu geben. Das heißt, immer wieder Werbungsversuche zu starten, immer wieder nachzufragen, sich immer wieder in Erinnerung bringen, kreative Treffen zu gestalten und vorzuschlagen. Kurz, also richtig viel Energie aufzuwenden, um jemanden zu gewinnen. Die Furcht, die dahinter liegt, die ist Verlustangst. Also die Angst, Bindung zu verlieren. Nach der Bindungstheorie also ein ängstliches Bindungsverhalten. Jetzt darf man aber nicht denken, diese Anstrengungen eines ängstlichen Bindungstypen, die seien jetzt nicht freiwillig und gerne. Also es kommt auf die Ausprägung an, aber viele dieser Beziehungstypen sagen, sie würden sich regelrecht euphorisch fühlen, wenn sie sich beweisen können. Also alles super, könnte man denken, ist ja eigentlich eine lebenswerte Eigenschaft. Ja, richtig, aber wie alles hat auch dies zwei Seiten, denn was ängstliche Beziehungstypen auch auszeichnet ist, dass ihr Bindungssystem nur dann aktiviert wird, wenn sie sich Mühe geben können. Das heißt, die Personen, die sich um sie bemühen, die finden sie nicht anziehend. Eher sogar langweilig. Die sind dann vielleicht als Freunde interessant, aber in der Partnerwahl, da fallen sie nicht ins Beuteraster. Und wer fällt stattdessen dann ins Beuteraster? Und damit beginnt der Konflikt, denn das sind die vermeidenden Bindungstypen. Vermeidende Typen sind auf der Skala zwischen Anpassung auf der einen Seite und Selbstbestimmung auf der anderen Seite ganz weit im Bereich der Autonomie angesiedelt. Das heißt, sie wünschen sich natürlich auch Bindung, aber eigentlich mögen sie vor allem, wenn sie Anerkennung spüren. Zum Beispiel dadurch, dass andere sich um sie bemühen. Weil das bringt ihrem Selbstwert Stärke. Und diese Stärke brauchen sie auch, denn ihr Selbstwert ist verletzt und nicht wirklich stark, auch wenn sie vielleicht so scheinen. Sie haben nämlich Bindungsangst. Das bedeutet, sie fürchten, in einer Beziehung aufgehen zu müssen, sich komplett aufzulösen. Wäre ihr Selbstwert jetzt stark wie bei einem sicheren Bindungstypen, da würden sie diesen Gedanken ja auch gar nicht erst bekommen. Was geschieht also nun, wenn ein solcher ängstlicher Bindungstyp auf einen vermeidenden Bindungstypen trifft? Also auch wenn Beziehungstypen nicht geschlechtsspezifisch sind, lassen sie uns das aus der Praxis mal als typisch angesehene Modell wählen, nämlich mit einer ängstlichen Frau, mit einem vermeidenden Mann. Denn Männer haben Mehrwert auf Autonomie schon immer gelegt. Obwohl diese Dynamik natürlich auch wirklich in jeder anderen Paarkonstellation vorkommt. Also er zeigt oder sagt beim Kennenlernen so etwas wie, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Beziehung möchte. Und genau das, diese Ambivalenz, das aktiviert jetzt ihr Bindungssystem. Denn nun kann sie sich und ihm natürlich beweisen, dass sie sehr wohl die Richtige für ihn ist. Das heißt, ihr Jagdtrieb wird jetzt gerade aktiviert. Sie kann investieren. Sie wird sich Mühe geben. Und er wird das zunächst als Form der Anerkennung auch sehr, sehr schätzen. Bis ihre Anstrengungen natürlich die Nähe und das Bindungssystem aktivieren. Weil ihm wird plötzlich diese Nähe Angst machen und er wird sich zurückziehen. Und damit aktiviert er ihr Bindungssystem. Und das sagt jetzt, du musst dir noch mehr Mühe geben. Und das geht jetzt eine Zeit lang hin und her, bis einer dann aufgibt und höchstwahrscheinlich Tränen fließen. Sowohl der ängstliche als auch der vermeidende Typ bräuchte ja in der Theorie einen Partner mit sicherem Bindungssystem. Nur die sind auf dem Single-Markt ja nie lange zu finden, weil sie sich schnell verlieben und lange dauerhafte Beziehungen eingehen. Also die Chance, dass ein vermeidender Single auf einen Ängstlichen trifft und umgekehrt, die ist dagegen gewaltig. Und die beiden ziehen sich einander auch noch an. Die Auswirkung des Bindungsverhaltens auf die Partnerwahl ist also, sie wählen höchstwahrscheinlich die falschen. Weil ängstliche Bindungstypen werden angezogen von vermeidenden Bindungstypen. Das heißt, sie geraten immer wieder an Partner, die unerreichbar sind, die sich erobern lassen wollen und die sich dann zurückziehen, sobald sie sich um Nähe bemühen. Warum ist heute das Bindungsverhalten nun wieder so sehr ein Thema? Mit jeder Trennung erleben wir eine Verletzung. Und je mehr Beziehungen wir führen, umso mehr Trennungserfahrungen machen wir. Und umso mehr schädliche Strategien entwickeln wir, solche Erfahrungen nicht mehr machen zu müssen. Eben Schutzstrategien. Und vermutlich haben Menschen noch nie so viele Liebesbeziehungen in ihrem Leben geführt, wie wir das heute tun. In der Jugend verliebt, dann geheiratet und zusammen bis zum Tod, also wie damals zu Zeiten von John Bowlby, der das Modell ja erfunden hat, das ist heute nicht mehr üblich. Wir führen heute zwei bis drei feste Partnerschaften im Leben und ganz, ganz viele kurze Beziehungen dazwischen. Und streng genommen sind ja auch diese Flirtbeziehungen, wie sie durch Dating-Apps entstehen, kleine Partnerschaften. Sie sind vielleicht jetzt nicht ganz so verbindlich, aber sie fühlen sich häufig für Menschen trotzdem so an. Und wenn auch diese kleinen Beziehungen beendet werden, dann ist der Trennungsschmerz unabhängig von der Beziehungsdauer dennoch sehr groß. Der Satz, jeder trägt sein Päckchen aus einer früheren Beziehung, der ist fraglos richtig. Nur je mehr Beziehungen wir führen, umso mehr Päckchen werden es. Manche Menschen zwischen 30 und 40 Jahren haben bereits so viele schmerzhafte Erfahrungen erlebt, dass sie eigentlich, um in dem Bild jetzt mal zu bleiben, für ihre Päckchen einen Umzugstransporter benötigen. Klar, wir lernen aus unseren Erfahrungen. Wenn wir Fehler machen, dann wollen wir diese, zumindest in den meisten Fällen, nicht noch einmal leben. Wenn wir jetzt dann verletzt wurden, dann wollen wir eine erneute Verletzung vermeiden. Und hierzu entwickeln wir eben diese besagten Schutzstrategien. Verhaltensweisen, die verhindern sollen, dass wir uns erneut so schlecht fühlen müssen wie zuvor. Als jetzt die Bindungstheorie über das individuelle Bindungssystem entstand, führten Menschen nicht viele Beziehungen in ihrem Leben. Und dem Einfluss der Beziehungserfahrungen wurde sehr wenig Beachtung geschenkt. Und da muss man sagen, das war auch ganz richtig so, denn dafür waren diese Erkenntnisse über den Einfluss der ersten Erfahrungen im Leben, vor allem beispielsweise mit der Mutter, auch viel zu bahnbrechend. Und es ist auch völlig unbestritten, wie prägend diese frühkindlichen Erfahrungen aus der Beziehung zu Eltern und Bezugspersonen sind. Hier an dieser Stelle werden ganz klar die Weichen gelegt, welche Glaubenssätze wir verinnerlichen. Also beispielsweise, ich bin nicht gut genug, ich bin unerwünscht, ich muss mir Liebe verdienen oder ich kann mich nicht auf andere verlassen, ich muss die Kontrolle behalten. Und genau daraus entstehen ja dann diese Verhaltensweisen, die ängstliche oder vermeidende Bindungstypen ausmachen. Also ob jemand mehr Nähe sucht und sich anpasst oder ob jemand autonom ist und Distanz wahrt. Das Bindungssystem hat also immensen Einfluss auf unsere Partnersuche und unsere Partnerwahl und natürlich auch auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten. In der Paarberatung und im Single Coaching erlebe ich beispielsweise immer wieder, dass frühere Erfahrungen wie durch einen untreuen Partner oder eine besonders schmerzhafte Trennung auf diese Überzeugungen erheblich einwirken. Ein Beispiel aus der Praxis hierzu. Eine Klientin hatte einen Partner, mit dem sie eine 15 Jahre lange Beziehung geführt hat, verlassen, weil er hatte sie betrogen. So und bis zu dem Tag, an dem sie von seiner langjährigen Affäre erfuhr, war sie eigentlich überzeugt, eine wundervolle Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Ihre Verhaltensweisen in der Beziehung waren typisch für eine sichere Bindungshaltung. Sie war wieder besonders eifersüchtig, sie war auch ausgeglichen zwischen ihrem Bedürfnis nach Nähe und Distanz und sie pendelte sehr ausgewogen zwischen Anpassung und Autonomie. Nach der Trennung änderte sich aber genau das grundlegend. Sie fühlte sich nicht mehr in der Lage, Nähe zuzulassen, weil sie Angst hatte, erneut verletzt zu werden. Und diese Angst war wirklich übermächtig geworden. Sie hatte sich jetzt als Schutzstrategien gegen neue Enttäuschungen, Verhaltensweisen angeeignet, die jetzt ganz typisch für ein vermeidendes Bindungsverhalten sind. Nämlich, ich werde nie wieder vertrauen können, sagte sie. Und jeder, der eine ähnliche Erfahrung machen musste, der wird sich auch wahrscheinlich in diesem Gedanken und in dieser Überzeugung ruhig ein Stück weit wiederfinden können. Eine andere Beobachtung aus der Arbeit mit Singles. Nie war so einfach, Dates zu finden, dank Dating-Apps. Doch je mehr Dates und affären Menschen eingehen, umso weniger optimistisch sind sie bei der Partnersuche. Mit jeder Zurückweisung und Enttäuschung entwickeln sich beinahe zwangsläufig Überzeugungen wie, oh, das wird wieder nichts. Mit dem stimmt doch etwas nicht. In drei Monaten ist das alles sowieso schon wieder vorbei. Und damit eine Beziehung die Kennenlernphase dieser ersten Monate überhaupt überstehen kann, braucht es eigentlich ja diese Überzeugung, dass eine neue Partnerschaft möglich und gestaltbar ist. Wer daran gar nicht glaubt, der wirkt einerseits nicht wirklich anziehend, denn Pessimisten küsst niemand gerne. Und andererseits sorgt er ja auch damit für die sich selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann wird daraus auch sicher nichts. Um zu verhindern, dass man erneut enttäuscht und verletzt wird, nimmt man nun Schutzstrategien an. Manche Singles werden beispielsweise überkritisch. Also sie suchen geradezu nach Fehlern oder Anzeichen, dass man nicht zusammenpasst. Weil dann können sie sich früh zurückziehen, bevor die Liebe groß genug geworden ist, dass die Trennung wirklich sehr, sehr schmerzhaft wird. Jede Trennung hinterlasst also eine Narbe und erzeugt den Wunsch, eine weitere solche Verletzung zu vermeiden. Und je mehr Trennungen wir erleben, umso mehr Vermeidungsstrategien probieren wir aus und nehmen wir dann an. Und das Problem an diesen Verhaltensweisen ist jedoch, dass wir damit unsere Ängste und unsere Glaubenssätze sogar noch festigen. Das heißt, gefährliche negative Überzeugungen und Glaubenssätze zu verändern, das ist schwer, aber es ist auch nicht unmöglich. Ein Ansatz ist, diese Schutzstrategien zu erkennen, die wir wegen dieser Überzeugungen überhaupt uns angeeignet haben. Jeder Bindungstyp, der bevorzugt andere Schutzstrategien. Allen aber ist gemeinsam, dass sie wahre Bindung verhindern, weil sie eben von Angst geprägt sind, verletzt zu werden. So, zum Abschluss noch einmal, kurz zusammengefasst, die Bindungstypen. Da ist zunächst der sichere Typ. Sicher, das heißt, sein Selbstwert ist stark und seine Überzeugung ist, ich bin okay, du bist okay. Seine Schutzstrategien, die sind individuell und vor allem sind sie unauffällig. Dann der ängstliche Typ, das ist der, der zu Verlustangst neigt. Ängstlich, das ist die Überzeugung, ich bin nicht okay, ich bin nicht gut genug, ich muss mir Liebe verdienen. Sein Selbstwert ist verletzt. Seine Schutzstrategie, Mühe geben, Liebenswürdigkeit beweisen. Extrem ängstliche Typen sagen, alle sind liebenswürdiger als ich, alle sind attraktiver als ich. Und deren Schutzstrategie ist häufig eine unbewusste passive Beziehungsverweigerung. Das heißt also, unerreichbare gut finden, weil da können sie sich Mühe geben, ohne dass sie Angst haben müssen, dass es jemals echte Nähe geben wird. Diese Typen können aber auch niemanden wirklich ernst nehmen, der Interesse an ihnen zeigt. Weil dadurch, dass sie sich selbst nicht mögen, ist ihnen dieses Interesse unangenehm. Das ist ihnen aber meistens selbst nicht bewusst. Sie halten sich häufig für Opfer ihres Beuteschemas, weil sie eben immer an die Falschen geraten. Und das Schicksal ihnen sozusagen eben immer nur vergebene oder unerreichbare Partner gibt. Und dabei muss man sagen, die wählen sie ganz alleine und selbst aus. Dann der vermeidende Typ, der zu Bindungsangst neigt. Vermeidend bedeutet die Überzeugung, ich darf nicht versagen. Ich darf die Kontrolle nie verlieren. Seine Schutzstrategie, keine Schwächen zeigen, Autonomie nie aufgeben, ausschließlich alleine definieren, wann welche Nähe akzeptabel ist. Extrem vermeidende Typen denken, alle anderen wollen mir etwas Schlechtes. Ich muss immer achtsam sein, ich muss es alleine schaffen. Und deren Schutzstrategie ist, Abstand halten zu anderen, Kontrolle ausüben, niemals Vertrauen schenken. Und da sind wir eigentlich bei als typisch narzisstisch bezeichneten Verhaltensweisen. Und zuletzt noch die Mischform extrem ängstlich und extrem vermeidend. Und das wäre die Überzeugung, ich bin wertlos. Ich muss mein Ich und meine Wertlosigkeit verbergen. Die Schutzstrategie dahinter, unbewusste, passive Beziehungsverweigerung, niemanden ernst nehmen, der Interesse zeigt, extreme Anstrengungen um Nähe, bei gleichzeitigem Abstand halten. Und das sind Verhaltensweisen, wie sie oft auch beispielsweise Borderliner zeigen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, muss ich mein Bindungsverhalten ändern? Das ist in einer Therapie durchaus möglich. Und natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie ausgeprägt das Verhalten ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, den Selbstwert zu stärken. Und der ist letztlich ja der Dreh- und Angelpunkt des Bindungsverhaltens. Nur, sich Mühe um andere zu geben, das ist ja durchaus liebenswürdig. Sie werden darunter ja auch nur leiden, wenn Sie sich ausschließlich zu extrem vermeidenden Personen hingezogen fühlen, also denen, die ihre Energie aussaugen, unter denen ihre Verletzungen immer schlimmer werden. Und dann wird es wahrscheinlich nicht genügen, sich der eigenen Bindungssysteme bewusst zu werden. Dann sollten Sie tatsächlich an Ihrem Selbstwert und an Ihren Grundüberzeugungen und Glaubenssätzen arbeiten. Aber bitte tappen Sie nicht in die Falle und halten Sie sich jetzt nun für beziehungsunfähig. Bitte nicht, das ist wirklich Unsinn. Höchstwahrscheinlich fehlte Ihnen bisher einfach nur der passende Partner und Sie haben falsch gewählt bisher. Wenn Sie mehr über Ihr persönliches Bindungssystem erfahren möchten, dann probieren Sie vielleicht meinen Online-Kurs aus. Warum bin ich Single? Bin ich beziehungsunfähig? Die Antwort kennen Sie, nein. Da können Sie auf alle Fälle herausfinden, wie es um Ihr Bindungsverhalten steht. Und vielleicht werden Ihnen damit auch einige Muster klar, die Sie bisher in der Partnerwahl immer wieder wiederholt haben. Ich hoffe, Sie hatten einen Erkenntnisgewinn und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichst, Ihr Erik Hickmann